So Leute, guck mal hier, das schöne Stadion hinter mir, das schöne Stadion Rote Erde, sehr gut, sehr sehr gut, richtig geil ist das, Stadion Rote Erde hier zu haben. Ich bin jetzt bei Stadion Rote Erde mit Manu, da vorne ist Manu, Richie und Januka ist dabei, so, ja, guckt euch dieses an, guckt euch das an, da, voll schön ist das, das Stadion Rote Erde, Leute, geil, ne, das Stadion Rote Erde hinter mir, richtig geil, I love you, Stadion Rote Erde.